Okay, ich habe jetzt die Eltern begrüßt, alle begrüßt, ich habe für viele Lehrer ein Lied geschrieben und habe versucht, das mit fetziger Musik zu unterlegen. Was da so rausgekommen ist, habe ich da teilweise schon gespielt, teilweise habe ich das schon gehört, teilweise noch nicht. Es sind bekannte Lieder drin, die tränen mir nicht am Ende und am anderen. Nun ja, das erste Lied ist, wie es so ein Alter überhaupt war. Es ist ein schöner Tag, wir haben's, fast August. Die Sonne brennt so heiß, als hätte sie's gewusst. Die Luft ist flirrend heiß, ich heiz die Stimmung an. Ich sing für euch, obwohl ich's gar nicht kann. Aber egal, ich war 16. Gesamt waren wir 33. Und über Kinder, da wusste ich nicht viel. Ihr wusstet alles und ihr ließt mich das spüren. Ich war in Altos. Ja, so war Altos. So mancher von uns war erst Elke einmal da. Und es gab manche, die man freitags meist nicht sah. Und die, die da waren, die wussten meist nicht wohin. Doch S.O.L. gab uns am Dasein einen Sinn. Dann traf ich Gabi und sah in ihre Augen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als Winke sie mir zu uns schien zu sagen, Hey, komm, setz dich zu mir auf den Boden der Aula. Ich kann verstehen, hörte ich sie sagen. Nur weil sie jung sind, essen sie nicht gerne stehen. Doch auch ihr Mal, das bleibt kalt an dieser Stelle. Und Mikrowellen. Ja, so war Altos.